Hey, du Jugendlicher, Feuerwehr Willi spricht zu dir und weißt, worum es geht? Du bist jetzt zwischen 10 und 18 Jahre alt? Volltreffer! Dich meine ich nämlich. Was sollst du machen? Du weißt, was jetzt kommt. Natürlich zur Jugendfeuerwehr. Was sonst? Bei Jugendfeuerwehr bist du schon mal ein bisschen dichter am Ziel, richtiger Feuerwehrmann zu werden. Aber die Jugendfeuerwehr ist noch ein bisschen cooler. Weil ihr habt so tolle Aktionen, die ihr machen könnt. Zeltlager, Wettkämpfe, Kameradschaft, Freunde sein. An die ist das der wichtigste Punkt. Und das geht an der Jugendfeuerwehr richtig los. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann mal wiedersehen. Du gehst zur Jugendfeuerwehr bei dir im Ort und machst mal einfach was mit. Unverfänglich, ohne Stress. Okay? Wir machen auch coole Sachen. Da wird nicht nur Feuerwehrschläuche ausgerollt. Da geht es richtig ab. Und du wirst sehen, dass das richtig cool ist. Und weißt du was? Ach, der oder die ist auch dabei? Das wusstest du vorher gar nicht. Auf einmal seid ihr eine Clique. Nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch danach. In der Schule, in der Freienzeit. Trefft euch alle wieder. Und ihr seid eine große Clique. Denn ihr seid in der Jugendfeuerwehr. Mh, Zucker, sage ich dir. Also, wir sehen uns bei der Jugendfeuerwehr. Richtig Hammer von dir. Cooler Typ. Geil.